Der Rüdiger schafft schon wieder die Pause. So, so. Bis nachher. Hey du Opfer. Wir haben dich vorher schon gesehen, wie du noch in der Pause gearbeitet hast. Schau mal auf deinen eigenen Scheiss. Ist der neu da? Den habe ich auch noch nie gesehen. Hey du, bist du neu? Hallo? Ich rede mit dir. So ein Freak. Hey, was das für uns noch? AAAAAH! Nein! 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 Nein!